Gemeinsam Erfolge feiern, sich nicht darauf ausruhen, sich neuen Herausforderungen stellen, um sich dabei immer wieder neu zu erfinden. Wir im Powertrain Produktionsverbund von Mercedes-Benz Cars produzieren die fünf Bausteine, die unsere Automobile bewegen. Motoren, Getriebe, Achsen, Komponenten, Batterien. Vom konventionellen über den Hybrid bis zum Elektroantrieb. Wir sind das Herz unserer Fahrzeuge. Wir verlassen uns auf die Fähigkeiten jedes Einzelnen, um als Team Bestleistung zu bringen. Jeder von uns trägt mit seinem täglichen Einsatz zu unserem Erfolg bei und entscheidet damit auch über unsere Zukunft. Um auch in der Mobilität der Zukunft erfolgreich Hightech-Antriebe zu produzieren, brauchen wir Menschen, die über alle Prozessschritte hinweg eine effiziente und flexible Produktion realisieren. Dabei liegen uns Ergonomie und Sicherheit am Herzen. Dem Wandel begegnen wir mit Zukunftstechnologien und Digitalisierung in bewährter Mercedes-Benz Qualität. Verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln ist für uns selbstverständlich. Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir auf CO2-neutrale Werke. Wir stellen uns immer wieder auf den Prüfstand, weil wir die Nummer eins bleiben wollen. Wir arbeiten als Team für einen gemeinsamen Erfolg, unabhängig von Standort, Werk oder Halle. Wir sind stolz, dass in jedem Mercedes-Benz PKW auf der ganzen Welt ein Teil von uns steckt. Unser Antrieb macht jedes Fahrzeug zu etwas ganz Besonderem.